In diesem Video haben wir wirklich den lächerlichsten Tod gehabt. Wir haben eine lange Runde gehabt und das war einfach eine coole Runde. Ich hoffe euch wird das Video gefallen. Liked und abonniert, würde mich freuen und das Intro. Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Minecraft Bedwars Hypixel. Wir gehen mal in die Runde. Okay, hier sind wir in einer Runde. Zack, sofort die Blöcke kaufen. Ein bisschen Moonwalk kann ich machen. Aber erst Bett zu bauen, wie man das kennt. Irgendwie, ich kann es euch nicht erklären. Aber irgendwie, wenn ich in einer Runde bin, Bedwars Runde, kann ich nicht bridgen. Ich kann kein Fast Bridge, ich kann kein... Kein... Brizly Bridge, Moonwalk. Ich f***, ich f***. Nee, nee. Also, nee. Wir sehen uns in einer neuen Runde. Hier sind wir in einer neuen Runde. Acht Blöcke Moonwalk. Das schaffe ich. Schaffe ich nicht. Wieso schaffe ich nicht Moonwalk? Ich kann euch jetzt ein Clip zeigen. Ähm, wie ich das normalerweise schaffe. Okay, ähm, hier sind wir wieder. Ähm, Rot kommt. Ist mein Bett kaputt? Woher diese Gelben immer... Hacks? 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 Wirklich, diese Hacker. Hacks? Also hier noch ein Clip davon. In Slow Motion. Hacks? 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 aber ich habe ihn mindestens getötet kommt er zu mir hoffe ich mal nein nein er kommt nicht zu mir das ist sehr gut dass er nicht zu mir kommt aber ja endlich mal nicht als erstes sterben ein weltwunder ist erschaffen einfach mal easy gar nicht gar nichts kapiert aber aber ich habe ich gehe jetzt zu dir quelle die sollte eigentlich gut sein weiß lebt also ich gehe zu weiß ich gehe zu dir queller von wann ist weiß gestorben wann ist weiß gestorben ich muss zu grün schaffe ich das oh mein gott habt ihr das gesehen oh mein gott einfach master lol zwei drei vier fünf oh mein gott oh mein gott und was war das oh mein gott soll dass ich in letzter zeit nichts geredet habe aber oh 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 also ja eins zwei drei vier fünf und ich habe so viel staff verloren ja ich überlasse es denen das wird heute wirklich eine richtige coole runde ich brauche nur noch ein eisen perfekt jetzt das und wann wir das ok mir ist jetzt komplett egal das bett es kann weggehen es kann bleiben aber ich denke 40 wolle kann sicher nicht ausreichen ok jetzt zwei drei vier fünf oh mein gott oh mein gott noch mal in slow motion das war das krasseste klatsch gefühl der welt ok ok jetzt müssen wir ja nur noch oh mein gott das das ja 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 nein 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 oder nein 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 Ne, ich hab nicht genug Eisen Ne, ne Also ne, das wird das Finale Ist er wieder runtergefallen? Ne Ne, ok Ok, ich dachte schon, dass er wieder runtergefallen ist Ne Ja Die ist gut Die ist gut Ja, was tue ich gerade? Ja, ich gehe jetzt gerade zu Brühen Er ist gerade 10 mal runtergefallen Und ja, das wird wirklich Ich denke eine einzige Folge Also einzige Runde Ne Ist nicht einfach Überhaupt nicht einfach Aber das ist mir komplett egal Bettentausch Bettentausch Okay 2, 3, 4, 5 Ne, ne Wenn er jetzt das Bett abgebaut hat Was ist das? Ich kriege ihn nicht Wow Ich kann da noch immer drüber springen Ja, das ist wirklich eine spannende Runde Ja, das ist wirklich eine spannende Runde So was spannendes habe ich schon lange nicht mehr gehabt Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Das, das, das war gut Okay Ich benutze nichts So war das? Ich bin leid So war's Hoh Du bist das? Du bist das ? Ich bin leid Schlecht Es ist höchst Ich bin leid Ich bin leid Alles oder nix. Das ist jetzt der Kampf. Wir haben darauf lange gewonnen. Oh, oh. Ist der hinter mir? Ja, ich mache Unsichtbarkeit und Enderperle. Ich denke, das ist schlau. Äh, unsichtbar und... Wo ist denn der Pellert? Ja. Ufff Ich gehe zu ihm, schleiche mich der Unsichtbarkeits-Potion an, oder nee, ich habe eine Idee. Ich nehme Unsichtbarkeit, Ende Perle und zack. Ich nehme Unsichtbarkeit, Ende Perle und zack. Hacking, Hacking, das war das langweiligste Tod. Was ist das? Ich bin wegen Fallschaden gestorben, oder wie bin ich gestorben? Das ist doch lächerlich! Leute, das war's mit dem Video und Adios! Muchachos! Das war's! Das war's!